willkommen leute zu einem neuen let's play und zwar blade and soul die geschichte dieses kleinen abenteils was war bestreiten werden ist sehr stark oder ja was ist sehr stark ist zum teil an den anime angelegt blade und soul ich habe nämlich schon mal ein paar minuten spät gehabt die erste mission habe ich zumindest abgeschlossen wenn man das mission zumindest nennen kann und ja da ist ich sag mal da sind charaktere aufgetaucht die man halt aus dem anime kennt zumindest kann ich sie daraus weil ich bin auch so ein kleiner anime fällen kann man sagen so wir sind ja jetzt hier in der charakter auswahl wir haben vier völker einmal die djinn das sind diese hier die können drei klassen meistern oder haben sie gemeistert einmal den klingen meister den wir jetzt sehen dann die nacht klinge ist ein schulke kann man sagen wie man es aus wo w kennt hier haben wir einen kung fu meister das sind diese mönche das sind diese mönche im prinzip wie man es aus final fantasy 14 vielleicht kennt aus dem online spiel so bei den gonn haben auch die nicht mönche sondern kung fu meister dazu gibt es die gewaltenmänniger das sind die forstfeuermagier kann man sagen von wo w und die berserker das sind dann eher so die zwei hand waffenkrieger gut und bei den linn gibt es die gewaltenmänniger wie wir es gerade bei den gonn gesehen hatten und bei den beschwörern gibt es halt nur bei den linn auszuwählen genauso wie bei den klingentänzern also diese zwei klassen sind nur den linn vorbehalten und bei den jungen sieht es wieder so aus sind die klingenmeister und können nur weiblich sein warum keine ahnung es ist einfach so und unter anderem auch noch kung fu und gewaltenmänniger ausgewählt werden jedenfalls die anderen drei völker haben halt männlich weiblich und die jungen halt nur weiblich so wir nehmen aber ein linn ich möchte nämlich gerne den klingentänzer spielen so weiter jetzt haben wir hier den charakterbildschirm zur auswahl wir können den hintergrund auch noch verändern hier hinten zack das das so das lassen wir aber mal dann können wir noch die pose einstellen einmal so dann halt so gibt ein haufen spielereien sag ich mal die man hier machen kann ich will aber nicht so lange hier kann man noch die kleidung so ein bisschen aussuchen was man jetzt bloß für den anfang einfach mal so machen könnte hier haben wir jetzt die beleuchtung die wir auch noch einstellen können aber das ist nur in diesem hintergrund möglich bei den anderen ist es eher nicht so hier haben wir staturvergleich kann man auch wie man halt zu den jungen seht ihr geht gerade mal bis zur hälfte bei den jungen auch ähm bei den gonen ist gerade mal bis zum oberschenkel ja gut ähm pose lassen wir ganz normal hintergrund auch und so weiter und so fort hier können wir noch die stimme auswählen von das wird sicher lustig so bis äh schmerz vergeht der sieg wird ewig bis so also ist immer irgendwas dabei ich nehme aber klein aber tapfer weil größer werden wir glaube ich auch nicht so wir können natürlich auch ranzoomen richtig schön nah klar um jedes kleine detail hier zu sehen wir haben hier zwar männlich gewährt aber es gibt auch viele weibliche gesichter haben wir hier vielleicht irgendwo eins ähm ja das hier sieht ziemlich weiblich aus ich nehme einfach mal das hier zu anfang gesichtstyp oh ja lass mal auch gleich so ich möchte hier nicht lange großartig rumbasteln sondern gleich loslegen äh haare was hatte ich vorhin genommen gehabt ähm ne jetzt muss ich mal schauen ich glaube das hatte ich gehabt und dann aber puh was nehmen wir denn für einen klingentänzer klingentänzer immer mal sowas oder passt zwar nicht zur kleidung aber die kleidung wird eher nachher umgeändert von daher ist das nicht so wild ähm naja wir nehmen einfach mal hier so ein ja wir nehmen so ein blau so den ohren und schweif können wir auch noch ändern einmal schlappohren bisschen raus so stört zwar jetzt hier ein bisschen mit dem statur vergleich aber na gut ohja das passt doch wunderbar zur frisur finde ich nehmen wir das gleich so so statur können wir auch noch von klein bis groß was haben wir noch ich glaube von dünn bis dick gibt es auch alles noch also wir können allerlei einstellen ich nehme mal so die normale statur hier haben wir gesicht da können wir die augen ein wenig sogar verändern wie ihr das sehen könnt hier einmal Sternchen ich bin mehr so für diese Schlitzaugen die gefallen mir am besten äh und hier nehmen wir ja ja was nehmen wir da und nehmen wir die die sehen ganz gut aus weiß der augen können wir auch noch verändern bis hin zu schwarz oh das sieht schon ein wenig ja ja lassen wir mal so ähm Augenbrauen können wir auch noch verändern machen wir das so Bart haben wir auch noch allerlei aber ich mache wieder ohne Bart äh Farbe für brauen und Bart können wir auch einstellen hm machen wir mal das Wimpern können wir auch verpassen ja ich nehme die so Schminke für die Mädchen unter euch die das vielleicht schauen wären ich bin ja nicht so bekannt äh für die Lippen gibt es natürlich auch Gesichtsschmuck ein Panda zum Beispiel oder halt allerlei Namen Gesichtstattoos oder rosa Wänkchen zum Beispiel oder hier was für die Mädchen aus der 90er Jahre vielleicht Sailermund na ich werde aber mal das Gesichtstatto nehmen das gefällt mir ganz gut ok so Gesichtsettoos ähm ja könnte man ja auch noch allerlei äh äh einstellen hier Nase Mund und so weiter und so fort Gesichtsfalten gibt es auch noch kannst du das Alter einstellen mehr oder weniger aber eins hatte ich gesehen das möchte ich euch mal zeigen da denkst du gleich hier ein Psycho ich glaube das war's ne doch nicht warte mal Augenbreite hier Pupillengröße da denkst du gleich der geht ab und möchte dich zerhexeln so Stufe 3 hat man glaube ich oder 2 ich glaube 2 war's ähm ja das lass mal einfach so Körperdetails haben wir auch noch Körpergröße ne Kopfgröße ist das die Größe des Kopfes kannst du halt auch noch verändern minus 15 nochmal jetzt hier einmal riesig bis zu klein lass mal so Halsbreite kannst du auch noch ändern Oberkörpergröße alles mögliche hast du hier um dir deinen eigenen Charakter zu bauen so hier kannst du noch Breite einstellen fett nicht so fett schmal wir lassen es mal einfach in der Mitte stehen Größe hast du auch noch hier von klein kannst du separat nochmal einstellen bis halt ganz groß ich nehme mal ja nehmen wir mal die 15 gut so weiter wir nehmen den Server einen deutschen natürlich ich habe vorhin mal auf der Windheide gespielt gehabt Frostgipfel und Bambusdorf gibt es auch noch wo die hier sind wo nichts angezeigt ist mit Deutsch Französisch das sind denke ich mal englische Server ähm ja wir nehmen einfach mal den Frostgipfel oder ne nehmen wir die Windweide wieder und geben unseren Namen ein jawoll so Klingentänzer wechseln Spiel starten Verbindung wird hergestellt so ähm ja ich werde das alles zusammenschneiden jetzt weil der Ladebildschirm ist doch ein wenig länger als gedacht und wir sehen uns dann wieder wenn der Bildschirm voll ist beziehungsweise wenn die nächste Sequenz jetzt gleich kommt ich weiß aber was kommt von daher bis gleich Leute geäßer klampe 2 2 3 5 5 5 Was zu? Was zu? Ist das nicht die Uniform des Hong-Moon-Glans? Hey! Hört ihr mich? Hey! 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 Aufwachen, Grashüpfer! Ah, Langschläfer! Die Sonne steht schon am Himmel! Aufstehen! Bin ich etwa eure Mutter? Nee, ich denke mal nicht. Grashüpfer, ihr seid noch im Bett? Das ist ungewöhnlich! Zieht euch an! Meister Ho wünscht ein Treffen! Ja, wie ihr es ja gerade gehört habt, ist dieses Spiel auch voll vertont im Deutsch. Aber an manchen Passagen, also so wie ihr es hier seht, ist teilweise nicht vertont worden. Warum? Keine Ahnung. Aber dass sie da überhaupt Deutsch vertont haben, finde ich schon beachtlich, sag ich mal. Warum fragt ihr mich? Ihr müsst los! Benutzt die Tasten W, A, S und D, um eure Uniform zu holen. Okay. Seht euch mit der Maus danach um. Drückt Escape oder haltet Alt gedrückt, um den Mauszeiger anzuzeigen. Mhm. Ihr solltet für das Training bereit sein, Grashüpfer. Schlaft ihr noch? Kommt schon! Aufstehen! Ja, ja, ja. Bin mal mit der Ruhe. Ich brauche erstmal die Uniform. Hast du was dabei gesagt? Ich glaube eure Uniform liegt auf der Kommode. Benutzt W, A, S und D, um sie zu holen. Ihr könnt Alt gedrückt halten, um den Mauszeiger zu sehen. Sehr schöne Einführung und ja, wir sind jetzt hier im Spiel. Ich muss sagen, so von der Grafik her gefällt es mir schon ganz gut. Wir werden mal den Chat auf Clan und Fraktion machen, weil sonst sieht man da das ganze Gespame von den Gold-China-Farmern und das muss man ja nicht unbedingt haben. So, oben rechts seht ihr ja die Karte. Uh! Ja, und unten rechts habt ihr dann halt den Quest-Log. Mit F könnt ihr mal halt interagieren. Das Kampfsystem ist so aufgebaut wie bei, oh Gott, jetzt lass mich lügen, bei... Äh, äh, Tera? Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig. So, eröffnet Inventar I, um die Uniform anzulehnen. Machen wir doch. So. Jetzt haben wir Uniform angelegen. Sieht richtig hübsch aus. Jetzt müssen wir mit ihr hier widersprechen. Ja. Ne, braucht man nicht. Wir wissen ja, was wir machen müssen. So. Und zwar unseren letzten Kollegen aufwecken. Das ist der da hinten in der Ecke. Los, aufstehen! Vollpelz! Los! Ein neuer Tag! Ein neuer Tag! Achso! Wir sollten heute wieder kämpfen, Graschöpfer! Gestern hatte ich euch fast! Ich habe gedacht, das ist jetzt nicht verdorben. Na gut. Irgendwann werde ich gewinnen. Niemand kann Gil Hong aufhalten. Ja, wenn du das sagst, dann wird es vielleicht auch so stimmen. Alle werden rechtzeitig fertig sein, um Meister Hong zu treffen. Nun ja. Fast. Oh, Jungmuck. Sucht nach euch. Dann schauen wir mal, wo Jungmuck ist. Muss ja der Dicken sein. Ja, steht auch da, Jungmuck. Bruder Jungmuck. Ihr habt verschlafen, Grashöpfer. Bei mir faulenzen Schüler nicht. Der Meister bittet um ein Treffen vor seinem Gemach. Lu Sung ist irgendwo unterwegs. Geht ihn bitte mit Jin Jung suchen. Das Treffen beginnt bald. Beeilung. Ja. So, und hier kriegen wir schon unsere ersten zwei Fähigkeiten. Einmal Wind wandeln. Eure Fähigkeit des Wind wandelns. Höhere Stufen erlauben längeres Wind wandeln ohne Unterbrechungen. Hier haben wir schnelleres Laufen. Das zeige ich euch gleich. Sprint und so weiter ist klar. So. Oben hat da ja bei der Karte einen kleinen Doppelfeil, wie er das vielleicht. Und das müssen wir halt jetzt hin. So, entweder drücken wir D oder halt D und Shift um schneller zu rennen. Das würde dann so. Natürlich können wir auch höhere Sprünge gleich machen. Zack. Sieht schon echt stylisch aus, kann man sagen. Die Wolken ziehen auf. Lu Sung! Oder Lu Sung! Ach, was macht ihr denn hier? Alle warten schon. Ja. Ich wollte gerade aufbrechen. Oh. Unser kleiner Grashipper ist aber früh wach. Ja. Und zwar dank mir. Hä? Hä? Was ist los? Da drüben. Oh. Oder nicht. Da war eine Frau in weiß am Himmel. Ha, 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 ha. Noch nicht ganz wach, hä? Ha, ha, ha. Nein, sie war da. Ich schwöre es. Ja, die schwebt einfach mal so. Mach mal. Äh, wer kann das schon? So. Ihm muss mal sprechen. Der frühe Vogel fängt den Wurm, nicht wahr? Richtig. Du sagst es. Der Haar trainiert wird belohnt. Auch euer Tag wird kommen, Grashüpfer. Ich hoffe, dass auch meiner Wald kommt. Gehen wir zum Übungsplatz? Oh. So, jetzt können wir, während wir in der Luft sind, einmal mehr oder weniger fliegen. Wartet mal. Zack. Und das sieht dann ungefähr so aus. Aber wir sind, denke ich mal, Schwimmerin. Ähm, so schnell kann man natürlich nicht immer. Wir haben eine Erschöpfungsanzeige. Erschöpfungsanzeige. Das ist die Grünen, die wir unten haben. Seht ihr ja, dass da etwas leer geht. So. Und das hier ist Meister Hong. Und der muss man reden. Dann kommt her. Näher bitte. Ich muss euch etwas Wichtiges sagen. Und äh... Meine Stimme ist nicht mehr, was sie einst war. Nüch? Naja. Mit den Schlappohren brauchst du dich nicht wundern. Vor langer Zeit war die Hongmon-Schule im ganzen Reich bekannt. Die Leute auf der ganzen Welt wollten unsere Techniken lernen. Die Hongmon-Künste. Ich kann nicht mehr so viele Schüler lehren wie früher. Nur einige habe ich gewählt, um sie auf den Weg der Hongmon zu schicken. Die Techniken sind mächtig. Nur Barmherzige und Ehrenhafte sollten sie nutzen. Um die Geheimnisse auf dem Weg der Hongmon zu lernen, müsst ihr selbstlos handeln, Notleidenden helfen, das Gesetz achten und aufrichtig leben. Das ist der Weg der Hongmon. Der Vorteil ist, wenn ihr hier mal was jetzt nicht richtig verstanden habt, kannst du immer noch mal kurz durchlesen. Aber da es ja verdunnt ist, denke ich mal, ist das kein Problem. Ich nehme die Hongmon-Künste nicht leicht. Nur jene bekommen den Folianten der Kampfkünste, die für den Weg bereit sind. Trainiert weiter und zeigt Respekt. Mit der Zeit werdet ihr alle lernen. Wo war ich? Ach ja. Grashüpfer. Kommt bitte mit mir. Okay. Los, Meister. Wo sagen wir hin? Na? Oh, der ist schnell weg. Wir müssen so schnell laufen. Zack. Drücke die F-Taste vor dem Bücherregal und findet das Buch. Mach mal doch mal. F. So. Alles nehmen. Wunderbar. Komisch. In meinem kleinen Test-Einspiel hat das ein bisschen länger dauert. Mit K können wir nochmal die ganzen Fertigkeiten hier sehen. die wir lernen können. Die wir lernen können. Und die wir schon gelernt haben. Wie das hier immer. Wind wandeln. Das war glaube ich dieses Spring. Aber na gut. Ich vertraue euch dieses Buch an. Es mag euch jetzt nicht hilfreich erscheinen, aber mit jeder neuen Stufe, die er erlangt, wird euch das Buch neue Fertigkeiten und Techniken zeigen. Lasst euch von ihm auf eurem Weg führen. Da ihr nun das Buch habt, seid ihr bereit, die Hongmon-Künste zu lernen. Ich kümmere mich sonst persönlich um meine Schüler, aber mir geht es nicht gut. Jungmuck ist ein guter Lehrer. Bringt ihm das Buch zum Übungsplatz. Hört zu. Und trainiert fleißig. Ihr werdet mich stolz machen, Grashüpfer. So. Ähm. Normalerweise wäre jetzt der Part schon wieder vorbei, aber... Ich mach noch ein bisschen, weil wir noch nicht gerade ganz so viel hier sehen. So. Normalerweise müsst ihr M drücken, aber da ich ja schon weiß, wie lang geht, ist das denke ich mal überflüssig. Äh. Nicht Fasting hier. Uh. Zack. Äh. Warum wollte der Meister euch sprechen? Wirklich? Schüler bekommen den Folianten der Kampfkünste, wenn sie für weiteres Training bereit sind. Also vorhin war das nicht vertont. Das Buch des Meisters enthält alle grundlegenden Fertigkeiten, die ein Mitglied der Hongmon-Schule lernen muss. Also seid ihr von diesem Augenblick an ein offizieller Schüler unseres Klars. Glückwunsch, Grashüpfer. Ich werde euer erstes Training der Kampfkünste persönlich leiten. Hier. Ihr braucht eine Waffe. Legt sie an. Ähm. Ja, eine Waffe ist richtig. Jedenfalls wollte ich gerade sagen. Ja, was wollte ich sagen? Ich wüsste es gerade nicht. Ähm. Tja, das war nicht vertont. Wo ich vorhin kurz gespielt hatte. Vielleicht liegt es daran, dass das ähm noch nicht voll geladen war. Nehme ich mal an. Ein bisschen weiter weg hier die Kamera. So. Beginnen wir mit den Grundlagen der Kampfkünste. Der Gegner muss anvisiert und in Reichweite sein, damit eure Fertigkeiten wirken. Selbst die beste Fertigkeit ist nutzlos, wenn sie das Ziel nicht erreicht. Das ist richtig. Die Grundtechniken des Klingentänzers sind Brise, Sturmwühl und Sturm. Visiert euer Ziel an und ihr seht die verfügbaren Fertigkeiten am Bildschirmrand unten. Mit Linksklick benutzt ihr Brise, Sturmwühl und Sturm. Sammelt mit diesen Fertigkeiten Konzentration. Sie wird für mächtigere Fertigkeiten verbraucht. Ja, das ist so wie bei Tera gemacht. Ein wenig zumindest. So, wir sollen jetzt einfach mal hier uns ne Puppe schnappen. Machen wir das doch. Ja, also... Sieht schon ganz gut aus. Was war das denn überhaupt? Ah, okay. Warte mal. Ach, damit wird's verbraucht. Okay. Und damit tun wir also aufbauen. Und so können wir natürlich ausweichen. Wir müssen halt aber immer mitgehen. Was das betrifft wegen... Ah, der Maustaste. Ähm, greift mit Tab Wirbel. Tab? Ah. Okay. Die haben wir. Naja, brauchen wir ja nicht so lange. Alt und aufs Briefsymbol hier unten. Schauen wir doch mal. Grashüpfer. Äh, Grashüpfer. Der nur am Tage trainiert, kann nicht die Dunkelheit bekämpfen. Wollt ihr ein wahrer Hongmun-Schüler werden? Dann geht zur Höhle der Prüfungen und stellt euch eurer Angst. Okay. Müssen wir aber vorher mit ihm hier, glaube ich, reden. Das habt ihr heute gut gemacht, Grashüpfer. Wir trainieren weiter, aber ihr seid ein guter Schüler. Eure nächste Prüfung wird schwerer. Alle Hongmun-Schüler müssen die Höhle der Prüfungen absolvieren. Der Test repräsentiert die Angst, die wir alle in uns tragen. Ein wahres Hongmun-Mitglied schafft es, diese Angst zu bewältigen. Ich bringe euch zur Höhle, aber ihr müsst sie allein betreten. Ja, ist kein Problem. Dann gehen wir mal auf den Weg dann. Aber wir könnten uns mal kurz hier die Gegend anschauen, oder? Das haben wir ja gerade eben auch noch nicht gemacht. Zum Teil hier irgendwie schwebende Inseln. Oh ja. Das hier sieht aus wie eine Teufelsfrucht schon wieder fast. Ja, also dieses Spiel sieht sehr schick aus. Machen wir ihn ja vorhin jetzt, Alter. Zur Höhle der Prüfungen. So, jetzt verbaucht. Jetzt müssen wir mal wieder warten, bis ein wenig Energie zu uns zurückgekehrt. Wir können wieder sprinten. Auch wenn es nur ein kleines Stück diesmal ist. Wie, zack. Ach ne, müssen wir nicht reden. Gut. Dann gehen wir halt da rein. So, diese grünen... Irgendetwas hier, sag ich jetzt mal, sind sowas wie die Instanzeingänge. Hier, habt ihr gerade sehen, bin ich auf der Stelle gelaufen. Und daher... muss das immer erst geladen werden. Eigentlich braucht man bloß, ähm... Ausweichen und die Maustaste gedrückt halten. Mehr ist hier eigentlich nichts zu tun. Aber so macht schon echt Spaß, muss ich sagen. Oh. Ei, da hat er uns erwischt. Können wir irgendwie wegkriechen? Ja, wir sollen irgendwie... Und jetzt, da sollen wir Meditationssinn. Jetzt tun wir nämlich meditieren. Wir sind ja nicht mehr in Angriffsreich weiter. Dieses Kriegers. Also das ist so wie dieser... Rettungsversuch, den du auch hast bei... Terra. Ist halt... irgendwo... Bekannt, sag ich mal. Für die, die natürlich Terra gespielt haben... Äh... Ist das kein Problem. So, mit 6 können wir unsere Lebenspunkte ein wenig auffüllen. Zack. Ihr gebt doch nicht auf, Grashüpfer. Meister Homme glaubt wohl an euch. Geht in euch. Und kommt zurück, wenn ihr bereit seid. Und da sind wir schon wieder in der Stufe aufgestiegen. Stufe 3. Hui. Aber wir kommen noch nicht mal durch, wenn wir springen. Was ist denn hier jetzt los? Warnt die anderen. Wir halten sie auf Distanz. Okay. Uh, zack. Und jetzt bin ich mal ruhig. Jun... Sooyoung... Oh. Oh, 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 oh. Gossifer! 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 einfach stehen soll allem anschein nach hätte mich sowieso kaum jemand aufgehalten wirklich meister das waren die legendären hormon künste geht bei seite dämmer schneiden ja was für eine macht ich bin nun unendlich stärker und euer clan endet hier oder ihr rettet ihn das liegt bei euch ja 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 Schau! Soll ich runter und ihn erledigen? Nicht nötig. Keiner überlebt die Schwarzrose. Soll ich das? Wacht auf, bitte, ihr seid unsere einzige Hoffnung. Haltet sie auf, 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 haltet sie auf. Hey, wacht auf, aufwachen, hört ihr nicht, hey, aufwachen. Oh, ihr seid wach? Seid ihr in Ordnung, was ihr durchgemacht haben müsst? Ich bin Nam Sujo. Ich sage, Papa, dass ihr aufgewacht seid. Jo, und das war die Einführung von Blade & Soul. Er ist von der Hongmoon-Schule, wie ihr. Verließ das himmlische Heiligtum vor langer Zeit. Aber hier ist er eine Legende. Er ist Hauptmann der Bambuswache und kämpft gegen die schwarze Ramme. Papa kämpft ständig. Ich fürchte um sein Leben. Die schwarze Ramme ist bereits am Strand. Ich bin so in Sorge. Hätten wir nur mehr Krieger. Das könnte das Ende sein. Wirklich? Hab Dank. Aber seid vorsichtig. Alle sind schon draußen. Vergesst eure Waffe nicht. Ob Kosol-Joon weiß, was zu tun ist? Er ist draußen. So, ich hoffe, die ist fertig mitreden. Denn ich würde gerne auch mal wieder was sagen. Ja, das war jetzt unsere kleine Einführung in Blade & Soul. Ich werde schauen, was heißt, ich werde schauen. Ich werde auf jeden Fall weiterspielen. Und ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Würde mich freuen, wenn ihr mir dazu ein wenig Feedback geben könntet. Ob wir das halt weiterspielen oder nicht. Ich werde auf jeden Fall zwei, drei, vier Folgen aufnehmen. Und bis dahin, ja, könnt ihr euch ja entscheiden, ob ihr mehr davon sehen wollt von der Geschichte hier auch. Ich werde halt grundsätzlich bloß von der Geschichte hier, ja, weiterquesten. Das andere interessiert mich jetzt erstmal auch gar nicht. Und, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es würde mich freuen, wenn ihr ein Like natürlich für mich da lasst. Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao. Tschüss. ту